Hallo, ich bin Ruben und ich habe 10.000 Abonnenten. Hurra! Normale YouTuber machen bei so einem großen Erfolg ja ein Abonnentenspecial, aber ich, der große Ruben, hat das natürlich nicht gemacht. Ursprünglich wollte ich ja ein Spiel machen, aber das ging nicht gut aus. Wirklich nicht. Außerdem war eine Zeit lang mein Mikro kaputt. Das ist natürlich das Beste, was einem YouTuber passieren kann. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, aber Ruben, wenn du kein Spiel hast, was ist denn jetzt so ein Abonnentenspecial? Ähm, also ich dachte... Okay, ist ja schon gut. Also ich habe mir gedacht, dass ich euch eine kleine Geschichte erzähle. Es war einmal Ruben. Ruben hat 10 Euro bekommen. Er kaufte sich Starbound. Das ist wie Terraria mit Planeten und Weltraum. Er sollte sich einen Charakter erstellen. Und da sah er es. Die perfekte Rasse. Die Avali. Naja, so vorher musste er schon den Avali-Mod installieren, damit das geht, aber... Er wollte von nun an sein Leben den Avali mitmüllen und so. Er eignete sich alles Wissen über die Avali an. Ihre Kultur, Anatomie, Technologie, Ruben wusste alles. Doch dann geschah es. Er konfrontierte Fubian mit den Avali. Und Fubian wacht zornig ihm gegenüber. Ein Krieg brach aus. Zwischen den Menschen und den Verbündeten der Avali. Auf Twitter. Hier ist eine Liste von allen am Krieg Beteiligten. Lila, Mantis, Safti, Ruben, Fubian und Thor. Das sind sechs Leute. Egal, auf jeden... Ich wollte nur sagen, ich mag Avali. Avali sind voll cool. Und so. Das ist jetzt so ein Meme geworden. Und das muss ich euch auch auf YouTube erzählen, weil das ist wichtig. So, und weil ich jetzt im Moment kein wirkliches Special habe... Vielleicht mache ich später nochmal, was wirklich spannend ist. Aber jetzt, weil ich nichts habe, mache ich jetzt halt einfach, dass ich jeden Kommentar, jeden einzelnen Kommentar unter diesem Video beantworten werde. Vielleicht gefallen ein paar von euch so ein temporärer Fame. Naja, und... Keine Ahnung. Vielleicht mache ich mal einen Livestream irgendwann. Das kann auch sein. Egal. Ich beantworte einfach mal alle Kommentare unter diesem Video. Ich glaube, das reicht für den Anfang. Und ja, viel Spaß und tschüss. Ciao.